Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Fabe und ich wollte nur mal kurz checken, ob ihr euch alle bewusst darüber seid, was uns kommendes Wochenende hier in Mannheim bevorsteht. Und zwar feiern wir 9 Jahre Minimalistika und starten dazu am 10.11. im Parker Lewis mit Boloma, Tim Etzel und SoFarAway. Und Samstag geht es weiter, den 11.11. in der Disco 2 mit Lokas, meiner Wenigkeit, Suna, Martin Oko, Ahmed Thome und Kevin K. Also macht euch ready für 9 Jahre Minimalistika. Wir sehen uns am Wochenende. Peace.